Sie sind hier, 24. Oktober 2018, 10.06 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Neymar mit seinem neuen Superhelden-Tattoo-Urheberrecht, Instagram.com-Nemarja, inzwischen kommt kaum noch ein Fußball-Profi ohne ein Tattoo aus. Dabei entstehen teilweise regelrechte Kunstwerke oder auch Werke mit persönlicher Bedeutung. Sport1 zeigt die Tattoos der Fußballstars. Sport1 ist die Nummer-Eine-Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr